Hallo Leute, unpresslich Willkommen aus, äh, letztes Mal aus Bürchen. Weil wir gehen nämlich heute nach Hause und ich vlog jetzt sofort nicht, wo es aussieht. Ähm, wir gehen noch durch Weissalag und durch den Lötschberg, das filmen wir. Also bis zum Lötschberg. So Leute, wir sind jetzt Fokus, flieg dich. Jetzt sind wir jetzt beim Lötschberg, wir warten noch, weil wir können jetzt nachher gerade auf den Zug los. Und der fährt jetzt los. Und dort, wo es jetzt aussieht, kommen wir nachher drauf. Let's go! So Leute, wir sind jetzt da drinnen, wir dürfen nicht offen fahren, aber es macht ja irgendwie auch Sinn. Gar nichts! Das ist so komisch, wir haben jetzt Fernsehen zugemacht, einfach wie man, was er beziehungsweise will, ich will Musik hören. Das ist so komisch, wenn das... Du fährst einfach im Schwarzen und es wackelt nur. Du musst einfach irgendetwas zum Knabeln. Das ist so komisch mit dem Motorrad. Jetzt sind wir wieder draussen, die Kartoffeln da vorne. Und ja. So, wir sind wieder Opel am Fahren, logischerweise die Sonne geniessen. Und jetzt gehen wir ab in die Wascherlaub, wir sind uns dort. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.